Tagchen, habe ich schon was verpasst? Ich glaube nicht. Naja, es geht heute darum, dass der Mücke, ich verlinke das mal hier oben für dich Mücke, oder für uns alle, Mücke hat aufgerufen zur Tomaten-Challenge. Wir sind natürlich mit bei gewesen, wir haben etliche kleine, große Dinger geliefert, das ganze Jahr durch. Wir haben die Konkurrenz irgendwie abgehängt und jetzt auf den letzten Metern, ich habe damit natürlich schon gerechnet, da kommt dann die Sina mit rein hier. Schaut euch mal bitte das Video da oben an, was die Sina dazu abgedreht hat. Bombending, also ihr wisst, 601 Gramm gibt es zu schlagen, müssen wir durchziehen, machen. Ich habe hier die Waage natürlich mit dabei und ich habe meine Schere mit dabei. Und dann geht es jetzt rein und wiegen mal die Tomate ab. Ja, die Stunde der Wahrheit jetzt, ne. Das Opfer der Begierde, das hängt hier. Da müssen wir irgendwie sehen, dass wir die vernünftig irgendwie abkriegen. Ich weiß nicht, wie sie aussieht, wie sie wirkt. Ich tippe mal, das sind so 542 Gramm. Ja, und eben gerade hängen sie noch, aber ihr könnt das ja selber sehen. Der dann Ditscher, komm ich hin, wollt sie abfilmen, lacht sie schon unten. So, wir wiegen das Ganze trotzdem nochmal ab. Ja, es reicht nicht für 601 Gramm. Glückwunsch an Sina.